das ist normal Hallo Leute, da sind wir wieder Willkommen im dritten Part Ich hoffe das stört euch jetzt nicht zu Das sieht bei uns nämlich ziemlich weiß aus Ob es bei euch so aussieht, wissen wir nicht Ich kann es euch nicht beantworten Falls ihr das fragt Ja, kennt mich jetzt wieder in die Ecke Einladenlammeln Ich bin jetzt einfach hier, Alter Ja, sie kommen Und wenn sie kommen, dann hol ich sie mir Hey! Hey! Was ist das? Ich werde Spaß für Manuel Oh, Drohne Hast du schon beide Daten? Nee Ich habe jetzt schon mal eine zweite Ich finde aber auch keine Das sind doch wir Oh nein, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg Das ist doch das andere Ich lerne doch nicht, ich sehe sie nicht Wir haben schon alle Ich habe jetzt zwei Oh, die zwei kleine Hütten lachen Kann mein Handy auf und es piepen Nein, das ist nur die neue Nachricht Ich werde genau eine Nachricht sehen Ist egal, komm Halt, hol Okay Okay Ich habe noch gar nichts geholt Ich auch nicht Null Ja Ich muss gerade mal ohne nach Fohlen gehen Ich bin gestorben Ich bin gestorben Leckt mich doch, Mann Okay Okay, da kann ich jetzt nichts mehr machen Okay, Leute Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag Und Ciao, ciao Bye Bye